Ich hab Angst Leute. Ich auch. Juuu. Ich roll zum... Oh Gott. Ich hab echt Angst. Ich hab echt Angst. Mal's Lettland ein bisschen. Ja sag's. Der Fritte. Zack. Los Fritte. Komm schon. Mann. Halt doch 5. Tamiro 3. Was sind da kaputt? Es tut mir leid, echt leid. Der muss jetzt warm werden. Wie geht's denn hin? Voll los. Ich weiß immer was mit Tamiro macht. Da weiß ich wie man schießen muss. Das ist echt so. Oh 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 oh. das klappt sich. Oh Scheiße. Da war ich zu kurz. Söhne ist an, ne? Ja. Da muss ich aufpassen. Nein, fuck! Oh Mann, oh! Riecht voll verbrannt! Voll riecht verbrannt! Alter, ist so nicht dein Ernst! Du musst da aber! Ja, ich muss da echt hoch! Ich bin alt! Wow! Frieding, komm hoch da! Du bist jung! Versaust mir jetzt schon! Das ist schwarz! Weiß du das? Wow! Darf ich jetzt kurz den Moment gewiesen, dass ich noch erster bin? Ja genau! Der Donut so laut, da hör ich euch fast gar nicht! Ich auch nicht! Wollang? Wir warten mal, was der Tamiru macht! So ist er echt erster! Nein, ich bin direkt! Alter, diesen scheiß Fass, ey! Oh oh! Du bist besser dran als ich! Aber man kann doch nicht springen, ne? Boogie Boogie! Boah! 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 Alter, ich hätte jetzt gelacht, wenn mein Klu extra reingekommen wäre! Hehehe! Huch! Oh Star, wir sind gleich auf! Wir teilen uns die Punkte, Konrad, weißt du doch! Was macht der Tamiru? Was macht der Tamiru? Er gibt Speed! Du bist krank! Ihr müsst auf den Teller zielen, voll Speed! Ich hab auf den Teller gezielt, aber der Ball fliegt woanders hin! Hehehe! Hehehe! Ja, das glaub ich! Boah! Ah, ah! Danke für den Tipp, ey! Geil! Was?! Das ist doch nicht wahr! Danke für den Tipp, das ist echt gut! Cool, jetzt bin ich auch drüben! Komm, wieder Angeberschlag! Hoffentlich verkeil ich's nicht! Ich hab doch den Teller getroffen! Angeber! Yeah! Okay! Sind wir beide zur gleichen Zeit reingetroffen, oder was? Ja, ja... ...auf den Tisch, wum sich denn dann... Du musst eigentlich geradeaus zu der Lieder an Pfad warten! Ah! Ich hab auch noch niemanden gesehen, der hier auf dem Tisch gelandet ist und da ist einfach liegen seid! Ich ja, ne? Es gibt immer ein erstes Mal! Oh, fast noch mal! Oh, schade ey! Oh! Das ist jetzt richtig sexy gewesen! Ja! Ah! Boah, 12, 13, 13! Alter ey! Voll eng schon wieder alles! Ah! Okay! So, mach nur das! Alter! Ey! Muss man da hoch, oder wo muss man da hin? Hä? Fuck! Nein! Ah! Ja! Ich... Ja! Ich bin richtig schlecht auf dem Mamm! Oh! Ich bin da! Aber die Mamm ist doch irgendwie total behindert einfach! Oh! Geh's gut! Zack! Knapp! Knapp! Ja, komm! Noch eine Minute und... Viel zu viele Schläge gebraucht schon wieder ey! Verzequetscht, ey! Komm, bleib liegen, bleib liegen! Sehr gut! Fritte, der bleibt erstmal oben auf dem Rand liegen! Ha! Ja! Übern Kamin! Die Leute! Das ist wunderschön! Ah! Pack mal! Dumme Bodenwelle! Ja, diese scheiß Beule da, ne? Es war Feuchtigkeit unterm Teppich! Aber die Flugbar war gut berechnet! Wäre die Beule nicht gewesen, wäre es aber ganz gut gewesen! Ja! Die Beule auch! Ja, okay! Hier dürfen wir, glaube ich, nicht zu schnell sein, ne? Wir müssen ihn links rein! Ja, ich will gucken, was der Tamiro macht! Deswegen... Da ist ein Speisewagen! Den muss man bestimmt drauf! Ja! Ich werde mit dem Speisewagen macht der Tamiro jetzt voll ein Trickshot einfach! Oh no! Tamiro! Dahin, echt! Der Storm geht gleich hinterher! Ach! Mach einfach! Komm! 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 Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich versuch mal auf dem Speisewagen zu landen! Na gut, wenn jetzt einer hingeht, dann muss! Oh! Ich wollte gerade sagen! Meta-Viro! Schöner Schuss! Oh! Oh! Angeberschlag! Angeberschlag! Okay! Stopp! Drinne! Ja! Ach du Wichsar! Ja! Ach du Wichsar! Warum meinst du'n Scheiße! Ja weiß ich nicht! Weil du's immer ankündigst! Ich seh' die Lücke! Okay! Gut! Ja! Ja, ich bin doch! Ja! 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 Oh! Ja! 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 35! Wenn ich mal ein Spiel, wo ich meinem Namen wieder gerecht wäre! Ja! Der Geist ist ja lustig. Okay, ihr macht das so, ich mach das so. Hat der Geist euch weggesuchst, ey? Ja. Jetzt bist du in meiner Laufbahn, ey. Das gibt's ja nicht. Uh! Halt hoch. Scheiß Geist. War noch nie gut in Physik. Nee. Oh, nicht. No, please. Oh, ja, 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 und? Los, Conrad, jetzt renn wir rein da. Oh, was? Sag mal, bist du gegen die Stange geknallt? Jurex, komm. Klitscht auf ein Gühner. Skips nicht, ey. Mann, wenn ich zurückgefallen bin. Der Fritte auf den Zweiten, ey. Wie schafft der das nur? Ich weiß gar nicht, wo man dahin muss, ey. Komm, fährt einfach los. Jo. War das richtig? Klar. Ja, 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 okay. Cool, ey. Bist ja nicht, ja, brauche. Abgelegt von Tamir, dick. Boah, klar über die Rampe. Oh! Ich bin einfach stehengebracht. Ja, naja, toll. Guck mal, ich bin drüben, ey. Ey, schubst euch schon an, Mann. Oh, halt drauf. Boom. Der Tamir. Ja, toll. Ja, ich bin sogar da. Oh, ich bin Retter. Ich bin drüben. Oh, jetzt einmal über die Rampe. Jetzt in die Mitte anwinkeln, Konrad. Läufe. Ah, no. Okay. Wo ist die Fahne? Da hinter dir, da. Oh, geh mal weg, du Scheibe. Ja, ich glaube, ich brauche richtig vieles Hoax. Hoax City, ey. Scherbe. Angebot. Zack, drinne. Hey, doll. 63. Du bist ein Angebot unter den Männern. Aber nicht so beharrt. Ja, die Map kenne ich, ey. Die Map kenne ich auch noch. Oh, ich bin auch im Sar gelandet. Oh, nein. Ich hab mich voll erstellt. Oh, okay, da muss man wieder Schmackes geben. Oh, Gott. So viel natürlich auch nicht. War so schön. War so schön. Nein. War so ein schöner Abend. Das war so romantisch. Das ist nicht meine Runde. Oh, ich hab ein Bier, die... Was hast du? Ein Bier, die... Das stand da. Hör an. Hier ist weg, ey. Voll gut. Och, nö, nicht die Drecksdinger, ey. Ich weiß hier nicht warum, aber ich lag plötzlich. Ich bin durchgekommen. Ich beschwere mich. Oh, wir wollen nicht irgendwas. Führungswechsel. Oh, Tamiro, was war das denn? Oh, das ist nicht gut. Nein. Ich bin so... Die Runde ist echt scheiße. Was ist das denn? Das wird nimmer. Ich bin ja Gott sei Dank für das Trial rübergekommen. Normalerweise häng ich da auch komplett. Hä? Hä? Ihr dürft nicht so doll. Ja, ihr seid richtig. Ihr dürft da nicht so doll. Hälfte des Speed ungefähr. Die zahlt es aus. Das ist viel geringer als... Ich kann nix mehr machen. Ich roll einfach mal unten hin. Ja. Tom. Hä? Boah, was? Boah, was? Witzel? 36? Wir teilen uns wieder, Konrad. Ära. GG, ne? GG, ne? Was war das? Der passt wohl Speed gegeben und kam ein paar Meter nur voran. Der Tamiro, ey. Das ist einfach nicht normal. Er ist krank. Was ist der Typ hier? Oh, hallo. Ja, guck an. Oh. Oh. Man lernt mit den Augen. Das ist ein Schlag hergeschneckt, ey. Oh, weg da. GG. Goal. Schöner Bandencheck von Konrad. Oh, reiner. Sauber, Leute, sauber. 3. Geht die Luzi hoch. 62. 8. Oh, da ist der Bock. Das muss man bestimmt den Bock da. Ich kann mir so vorstellen, dass ich noch verliere. Obwohl ich sechs Plägevorschlag habe. Juhu. Bö? Oh, Mann. Okay. Das war ja... Hä? Ich bleibe im Stand. Nein. Oh, die... Okay. Könnte. Jetzt. Komm, bleib, bleib. Sehr schön. Alle drei, ey. Ein paar. Ein paar. Von Ratz langsam auch. Und dann die Wine kommen. Ich merke das. Oh, die ärgerlich, ey. Nice. 69. Jetzt habe ich mal die meisten Punktzahl hier. Oh, Zwischendritte. Schon wieder ein Affe, ey. Was macht die denn da? Hey, warum bin ich denn jetzt? Hä? Ist doch... Wo ist denn solche Beine, oder? Durch die... Man kann doch zum Affen. Oh, zum Affen, ey. Oh. Knapp. Oh, so ein Affe. Ich bin unter der Couch. Hä? 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 Du darfst mich wegzuschusten. Ah, ich versteh's. Okay. Oh, ey. Erstmal in meinem Leben verstehe ich so lebt. Ich halte es im Kopf nicht aus. Ich nicht. Schon wieder so verkackt. Bitte. Das ist nie gerackt, wenn man es richtig macht. Ja, ich bin auch so zu schlecht einfach, jetzt verlier ich die Führung, weil ich so nett bin. Hint drauf. Nee, ich hab acht Schläge gebraucht. Ja, guck mal, guck mal, ey. Ich hab noch wieder mehr als acht. Das find ich gut. Wee! Das ist doch scheiße hier, Mann. Da kann ich die Map nicht skippen. Was ist denn da los? Die war einfach schlecht. Oh, schuldig. Oh, ich könnte da. Oh, das war sogar geil. Ihr müsst da... Nutella-Schnur. Genau, Konrad, jetzt da die Mitte vom Affen da. Ja, das war's nicht doch bekannt. Komm, 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 rein, 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 rein! So ein Lacker. Alter. Wie kann man denn immer so viel Glück haben? Echt. Hä? Das macht mir ein Bücher. Mir geht's wieder gut. Okay, Bücher. Jetzt versperren die anderen den Weg, weißt du? Dieses Lesen. Nein. Geil, Alter. Hallo, Einsteinschen. Geil, geil, geil. Ey, Alter. Warte, 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 denn. Aber war gut. Erstmal wieder auf mein Leben. Ey, nein. Das ist doch nicht mehr. Ey, Alter. Ich hab so viel Pech. Ich ramble mal gegen andere. Ich auch. Und jetzt knall ich die ganze Zeit gegen den Regal. Ich bin drin. B, du schießt mit der Kalle. So. Oh, du hast einen Kripp vor dem Kopf. Ja. Das ist nichts Neues. Ah, okay, genau. Er hat das. Einfach so, ja, okay, ich bin mir zu. Oh, ey, ist doch, wenn du mich jetzt weggebogen hast. Ja, ich hätt so gelacht. Ich hätt, ich hätt dich einfach weggebogen. Auf Zack. Tor. Auf Zack. Auf 1180. 87. 82. Oh, wie war denn das hier nochmal? Das kenne ich. Oh. X-X-X. Einfach mal gucken, was rauskommt. Oh, nein. Oh. Ich globen. Was war denn das denn? Ich bin da. Ich auch. Äh, ich auch irgendwie. Hexe, 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 Hexe. Boah, wäre der jetzt reingegangen hätte ich dich auch gehasst. So vierfach Bande ist klar. Kokolat. Oh, was? 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 Hey, ich konnte nicht springen sehen. Nee, nee, ich mein, der Konrad hat es gerade übers Los überhaupt nicht. Ach so. Oh, man, Babyface. Oh, Baby. Das ist wieder Knurig. Was war das? Ich bin auf dem Korin gelandet. Danke, Konrad. Aber es guckt voll böse, ey. Hat voll gar keinen Bock auf uns. Äh, Storm? Alter. Warte, warte. Mir geht's gut. Hahaha. Oh, mein Gott. Ey. Ich hab wohl schon weiter weg gestoßen. Warte, jetzt hätte er auch fast geklappt. Oh, Mann. Ja. No. Ich hasse diese, diese Stelle. Ah, ja. Jetzt bin ich drüben. Ah, jetzt. Ey. Seine Insel. Alter. Äh. Ah, jetzt. Ja. Äh. Oh. Oh. Hä? Ach. Ah, jetzt. Ja. Eine Insel. Wo ist eigentlich die Fahne? Ich seh die nicht. Ah. Nein. Nein. Oh, das war zu weit. Oh. Boah, ey. Jetzt hab ich aber echt viele Schläge wieder gebaut. Da hinten bei den Babys. Oh, los kam's schon. Oh mein Gott. Oh, Alter. Oh, der Tamiro lebt noch. Ja, ja. Miro lebt noch. Ja, ich bin schon down. Da hab ich ja nicht als Einzigster fest. Ich bin auch down. Oh, guck, der kostet nicht so viele Schläge. Wir machen den aggressiv. Oh, du bist ja immer noch da vorne. Das war der Hass-Level. Ja, meine auch. Scheiß. Du musst, du musst an der Seite von dem Glas anvisieren. Ich weiß. Ich visier' ich ja auch an, aber... Ach, komm, wir bleiben bei uns über 100 Punkte. Das ist schön. Oh, 109. Oh, das sieht einfach aus. Ist bestimmt. Ah, gegen wen bin ich jetzt? Okay. Gegen mir. Ich ramm immer irgendwen, ohne dass das will. Guck mal her, scheiße Lein. Ein Buch. Okay. Blobby. Wo ist denn der eigentlich lang? Das war Wolfgang. Okay. Nein! Nein! Wow! Ich bin drüben endlich! Aber wo ist das Loch? Wo geht es jetzt hier lang? Ah, du musst das Spinnnetz hoch. So ein Walride. Wo ist da das Loch? Herzhaft, Alter. Ich fahr mit Fullspeed und bleib vorne direkt weg. Und jetzt, wo gehen die jetzt lang? Ich komm jetzt rüber mit Fullspeed, Alter. Was soll ich machen? Kamiro, wo geht es hier lang? Na, runden. Da runden doch. Ja, ja, ja. Ich hasse. Komm schon, rein da, rein da. Jawohl. Easy. Easy. Easy peasy. Klurex. Schnucki. Boah, alter. Ja, jawohl. Aber Klurex ist immer noch dritter. Fuck, dritter auf den ersten? Nee, aber wie, ey. Was los mit dir? Mein Salz bekommen einfach. ESL ist da. Nee, ist klar. Boah, ich komme nicht darüber, weißt du? Du kommst nicht da rüber, naja. War jetzt nicht so. Wie war das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Ja, das war gut. Oh, die Ecke. Richtig gelandet. Nicht Ecke. Ah. Äh. Andere Dinge. Nein. Nein. Oder springen. Oh, oh. Oh Gott. Nein. Ja. Ich glaube, ich habe wieder was gut gemacht. Mir gegenüber nicht. Nee, hier kann keiner was. Wir haben ausrasten. Oh Gott. Tamero ist ja auch schon davor, ne? Ja. Das war nichts. Faktierende Stor. Nee. Aber das. Oh. GG. Nein, GG. Eins noch, ne? Ja. Äh. Oh, alright. Tschüss. Tschüss. Welche Richtung? Ist das egal? Ist egal, ja. Das würde ich nur gerne wissen. Ach, oh nee. Ich weiß, was das wieder ist. Aber die März ist eigentlich relativ einfach. Alter, die Arme Echse. Aber ich werde schon wieder... Gefiestet. Gefiestet. Ah! Alter! Was ist... Was ist das da oben? Ah! Ui! Oh, wir alle losfliegen, ey! Ja! Ja, du hast mich reingeschossen! Ja, komm schon! Jawohl! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh! 130! Ja, was war mit mir eigentlich los, ey? Krass! 100 Werte! Keine Ahnung. Ich liebe irgendwie einfach. Ich hatte auch ein bisschen Glück. Woller Pro-Gamer.